aber noch einmal müller beckenbauer dobel sehr schön uli höhneß war eine möglichkeit 30 minuten gespielt 0 zu 0 schwarzenbeck retter wirklich in höchster not und kaiser das war die größte möglichkeit bisher für amsterdam aber es wäre gar keine gewesen denn vorher hatte schiedsrichter schäuber getritten bei kaiser beim topfall gegen schwarzenbeck unkorrekt war neu oh nippen gegen uli höhneß rep und so bier schilcher rep gerettet auf der linie der diesen kapitalen fehler von meyer ausgemärzt hat hier schauen sich das noch einmal an meyer verfehlt und rot auf der linie oder kurz davor eine menge glück für bayern münchen in der letzten stunde waffen weg für wir und meyer aber ich glaube er hatte die hand noch dazwischen ja mit dem oberarm hat er den ball noch den drall gegeben breitner beckenbauer gert müller breitner müller und beckenbauer der wieder einmal mit nach vorne geht man will sich also nicht absolut einspielen lassen höhne gegen nesken Rot, neben ihm im Moment für Sie nicht sichtbar, da kommt der Hoffmann. Das sah nicht ganz hasenrein aus, aber so ein Absturz.